Nobler Fall, lass uns sehen, ob wir ein Agreement erreichen können, ja? Dann schlagen die uns hier einen Waffenstillstand vor, die Dänen. Nein, da ist ein Kreuzzug und den werde ich auch absolvieren. Oh dear. Der König der, äh, von Jerusalem ist tot. Hm, ja, ja, brauchen wir noch einen General? Hm, eigentlich nicht. Wir bräuchten eher noch einen Gouverneur, der sieht so fürchterlich aus. Na gut, wir nehmen ihn mit. Wir nehmen ihn trotzdem mit. Wir nehmen ihn mit. 21. Hm. Aha, der Signore di Lombardia ist gestorben. Vielleicht bringt das die da unten ein bisschen in Aufruhr, ne? Vielleicht entlastet uns das. Oh, ich habe einen kleinen Geldsiegen erhalten. Das ist nicht schlecht. Von unserem Adelsrat. Weil wir so impressiv, weil wir so beeindruckend sind in unserer Führerschaft. Das ist nett. So, wie sieht's aus? Es hat sich... Amina... Es hat sich die, äh, das Verhältnis zwischen Sizilien und Venedig hat sich eigentlich... So, gut. Kardinal. Hm, hier wurden... Hier wurden Kardinäle befördert. Einmal von Jerusalem, einmal von England. Interessiert mich nicht wirklich. Ach so, die Liga Lombardia ist wieder aufgenommen worden. Ja, äh, das... Wieso? Dann soll sie uns die Stadt bitte wieder zurückgeben. Die sie unrechtmäßig erworben hat. In einem feigen Angriff. Ohne den Krieg zu erklären. So, ja, das haben wir. Der Kreuzzug wächst. Ja, genau, wir sind mit dabei. Hier sieht's übel aus zurzeit. Besonders finanziell sieht's übel aus. Oh. Ach so, weil der ja gestorben ist, ist er unten im heiligen Land. Ach, du grüne Neune. Aus ist es da unten mit dem heiligen Land. Tja, da wird wahrscheinlich der nächste Kreuzzug hier nach unten gehen. Aus ist es. Hier sind nur noch irgendwelche unabhängigen Adligen. Und die sehen auch nicht mehr frisch aus. Hm. Naja. Da müssen wir uns mit abfinden. So, wie sieht's denn jetzt hier aus mit unserem Kreuzfahrer hier? Hm. An honor, Kaiser! Und Städte Kampf. Oder liebe Sexrundenwarten. Forse reich! Forse reich! Hm. Städte Kampf. Was sagten ihr? Ja, wir machen einen Städte Kampf. Ich warte jetzt hier nicht fünf Stunden. Wartet mal kurz. Könnt ihr eigentlich mal einen kurzen Ausfall machen hier, ne? Könntet ihr. Sollten wir auch. Machen wir auch. Erstmal bevor wir dort... Ja! Closing unser reichst Enemies! Sperr-Milics. Wohl, da brauchen wir doch nicht. Da machen wir... Oder? Sechs Leute haben wir verloren. Ähm. Jod... Nee, der... You've earned the ransom, Lord! Take it! So, wir nehmen das Lösegeld. Was wollt ihr? Ihr seid ja wohl... So, wieder zurück in die Stadt. Bitteschön. Genau. Wie sieht es denn überhaupt in der Stadt hier aus? Grau, ja. Genau. So. Und jetzt... Na ja, dann... Ich würde es ja auch begreifen. Ich muss jetzt mal... Mir kommen. Achso, jetzt kommt er noch mit dazu. Battle will resolve our differences. Hätte ich doch das Ganze... Ach, Gott. Welch Idiot. Jetzt kommt er auch noch mit dazu. Äh. Jetzt kommt... Ich bin so dumm! So, die sind uns auf alle Fälle überlegen. Deswegen müssen wir höllisch aufpassen. Fight, Noblemen! Das wird ein harter, harter Kampf. Wir haben zwar einiges an Reiterei, ähm, die ich hier ein bisschen so nach hinten postiert habe, aber die bringt uns im Städtekampf recht wenig. Ähm, und hier ist das Spiel auch, ähm... Ja, äh, es verweigert manchmal so Kommandos. Und... Also im Städtekampf kann es manchmal zu verrückten Dingen kommen. Ähm, nichtsdestotrotz... Ihr seht, ich hab die Leiter auf diese Seite aufgestellt. Die... Den Belagerungsturm, den werde ich hier ranfahren. Meine... Die Ramme könnte etwas unterdimensioniert sein. Aber da müssen andere einspringen dann, wenn die hier weggepustet werden. So, dann schauen wir mal, ne? The enemy has brought up more men. Gut. It gives us more to kill. So. Du. Wumm. Du. Wumm. Und du? Im Laufschritt. Was haben wir denn hier stehen? Spielträger? Jawohl. Na dann. Na dann. Lauft mal vor. So. Ach so, wie sieht's denn überhaupt aus mit unseren Bogenschützen, ehe wir hier weitermachen? Die Bogenschützen sollten sich annehmen... Oder die Armbruchschützen sollten sich vielleicht den Archern annehmen erstmal. Oder natürlich gleich den Speerträgern, die hier draufstehen, ne? Damit die leichtes Spiel haben, die Leitern. Na ja gut. Ihr habt mich überredet. Und dafür gehen die nach vorne und nehmen sich hier den an. Ja. So, könnt ihr nach vorne im Laufschritt. Ihr geht nicht im Laufschritt nach vorne, aber so langsam. Und ihr geht auch so langsam nach vorne. Genauso der General. Und dann können wir los. Dann ziehen wir einmal. Ups. Das ist schon ein bisschen... Die hauen natürlich hier meiner weg. So. Wie sieht's hier drüben bei den Leitern aus? Schießt da auch jemand? Schießen hier die... Ich seh gar nicht, dass die schießen. Ich merke gar nicht, dass die hier draufschießen. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Armbruchschützen ein Problem haben, hier reinzuschießen. Das ist so meine Befürchtung. Wir wollen mal die hier ein bisschen streizen. Sehr schön. So, hier sind die ersten Kämpfe. Wen können wir denn da noch mit raufschicken? Schicken wir die mal noch mit rauf, ne? Jawohl. Wie sieht's drüben beim Turm aus? Da könnten wir eigentlich auch noch einen her schicken. Ach nee, halt. Hier nicht. Den brauchen wir hier für... Ne? Versteht mich. Den genauso. Und den könnten wir noch mit raufschicken hier. So, hier versuchen die natürlich uns fertig zu machen. Deswegen mal ein bisschen Moralboost. Und hier wird's natürlich arg schlimm. Arg schlimm. Aber unsere Mann, unsere fränkischen Ritter, schlagen sich nicht schlecht. Sie drängen den Feind zurück. Sie drängen sogar den Feind recht gut zurück. Wie sieht's hier drüben an der Seite aus? Wo wird gekämpft? Hier wird gekämpft. Ah, da sieht's noch nicht so gut aus. Aber man versucht alles. Die letzten Kämpfer gehen nach oben. So. Wie sieht's an meiner Tür aus hier? Sieht's nicht schlecht aus? Ähm. Ich glaube, wir werden gleich reinbrechen. Die werden gleich reinbrechen. Wunderbar! The gates have fallen. Der Rambok hat sich ausgezahlt. Übrigens, Belagerungswaffen hatte man immer... ...vor Ort gebaut. Ne? Also die hat man nicht da hingerollt. Sondern musste man immer vor Ort bauen. Was machen denn meine Archers? Ne. Doch, die sind Archers. Das machen die. So, dann. Meine Archers. Feuert bitte mal auf die Schwerträger. So gut wie's geht. Damit es hier was wird. Was ist denn mit dem? Achso. Ah ja, dann kann man noch mit hier. Damit er was zu tun hat, ne? So, und hier seht ihr es. Sie drängen nach vorne. Sie drängen herein. Es fließt Blut. Aber die Verteidiger... ...sie turmen sich dagegen. Da muss ich gleich nochmal einen Moralboost aussprechen. Ich seh nur nicht, dass irgendwelche Pfeile hier drin irgendwas bedirken, ne? Da gibt's keine Chance, glaub ich. Oder? Ich glaub, das ist alles ja korrekt. Hier kann man nämlich mit seinen Pfeilen nicht hinschießen. Dann schießt eben von mir aus. Ne, da ist eigentlich schon fast alles gegessen. Da oben. Hier ist schon wichtig. Wie ihr hier reinschießen würdet. Das wäre natürlich toll, wenn wir Hamburg nehmen könnten, ne? So, schauen wir mal, wie es auf den Zinnen aussieht. So. Ups. Jo. Jo. Hier werden die letzten... ...die letzten Verteidiger auf den Zinnen werden eliminiert. Das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Warte, wo haben wir jetzt... Wie sieht's hier aus? Den mag ich aber auch nicht mit meinem Pferd. Mit denen rein... Genau. Mag ich nicht. Hier sieht's aber nicht schlecht aus. Hier sieht's nicht schlecht aus. Ja, die... ...schießen nicht, ne? Ja, vielleicht stehen sie auch nur... ...völlig ungünstig. Vielleicht stehen die alle auch nur... ...völlig ungünstig. Hier werden immer noch welche von mir getroffen. So, wie sieht's jetzt aus hier? Dringt ihr jetzt hier rein? Wie viel haben wir denn noch? Sieht nicht schlecht aus. Hier haben wir noch... ...haben wir noch irgendwas... ...auf den Zinn muss doch jetzt auch langsam Ruhe sein, oder? Ja, es sind auch nur zwei, ne? Die da oben müssten langsam mal... ...die hier müssten langsam mal fertig sein. Das wäre nicht schlecht. Hier haben wir doch zwei stehen, ne? Da brauchen wir doch eine davon. Zum Beispiel nehmen wir mal... Ach, hier haben wir auch noch welche. Ach so, die kämpfen nach beiden Seiten. Na dann... ...dann wundert mich natürlich nichts mehr. Dann unterstützt doch mal noch. Ach, da sind ja noch mehr. Ne, hier drauf, bitte. So. Damit wir endlich mal die Mauern haben und es ist... ...dieser Pfeilregen langsam aufhört. Der ist ja nervig. So, wie sieht's drüben aus? Da hinten... Oh, da kommt. So, den General hat's dahin gerafft. Hier kommen... ...Spieerträger. Oh, nein! Behold, how our cowardly foe runs. It is time to press the attack. Boah, warte, Moment. Tja. Wir müssten endlich mal mit uns ran. Was darf jetzt? Egal. Und trotzdem noch einige. Wenn ich da jetzt mit meiner Reiterei reinflanke... ...hier hinten... ...sind noch Schwerträger. Na, es wird noch mal haarig. Es wird noch mal haarig, sag ich euch. Hier ziehen sich die zurück. Warte, ich muss noch mal ein... These walls now belong to the Empire. Es wird auch langsam Zeit. Es wird auch langsam Zeit. Denn... ...die haben uns lange genug geschossen. Immer noch geschossen? Von wem werden wir denn noch geschossen? Von dem? Oh, jetzt. Jetzt dringen wir vor. Jetzt dringen wir hier vor. Und wenn wir hier vordrängen... ...dann werden wir auch mit Reiter 3 reindrängen. Boah, die haben ganz schön verloren, ne? Nein. Verlustreicher Kampf. Ja, es waren aber auch mehr, ne? Die waren uns... ...zahlenmäßig... ...überliegen. Echt überliegen. So, jetzt flieht hier einiges. So, wo ist der her? Hier waren doch irgendwo Schwerträger. Hier, ne? Den müssen wir uns annehmen. Den müssen wir uns leider annehmen. So, ihr kämpft hier. Ihr kämpft gegen die Schwerträger. Hier, hier. Und... Ach, ich hab noch hier welche? Quatsch. Was hab ich denn die da draußen? Los, rein mit euch. Und am besten... ...die Rinder. Gut. Die laufen. Aber wir haben jetzt noch mehr... So, hier ist... Hier haben wir erstmal alles geregelt, ne? Dann können wir... Jawohl. Dann können wir mit unseren ganzen Bogen... ...Kräften... ...hier rein... Wieso werden denn die immer noch beschossen? Ach, die haben noch eine schwere Kavallerie. Ach, hm. Ähm... Hier bitte rein. Okay. Die... ...setzen wir mal hier hin. Obwohl ich wieder glaube, dass die... ...ein Problem ergeben. Gut. So. Und... Wen haben wir hier? Die haben wir wahrscheinlich... ...ausgenockt. Jawohl. Die gehen mal hier runter. So. Das ist der hier drüben. Das ist... ...hier wieder jemand. ...den wir auch hier runter... ...befördern. Den haben wir gesagt... ...der wird dort drüben mit eingreifen. Die hier... Ups. Die lassen wir mal erstmal hier. Hier kämpfen noch die letzten. Und hier drüben kämpfen noch welche. Tja. Okay. Okay. Ach, da kämpfen wir hier schon genug. Dann könnten wir eigentlich die... ...die hier... ...die könnten wir auch hier reinbringen. So. Damit sie gegen diese schwere Kavallerie vorgehen. So. Wer kommt jetzt hier? Die sind gut gegen Kavallerie. Die setzen wir auch ein. Wieso? Wer schießt denn hier immer noch... ...auf uns? Ich denke, die... ...Dürme... ...gehören uns. Wer schießt hier noch gegen uns? Das möchte ich mal wissen. Wer... ...welche... ...ist hier noch irgendwo... ...sind noch Bogenschützen, die wir nicht sehen, oder? So. Die schließen sich mal an. Ach so, halt. Davor hier... ...was noch passiert. Genau. Du gehst mit... ...zur Unterstützung. Du von mir aus auch. Sag du mal, was ist denn hier los? Wer... ...schießt denn die? Kommt denn... ...wann kommen denn die Pfeile daher? Doch noch von den Türmen, oder? Ich denke, die Türme gehören uns. Alles, was draußen ist jetzt rein. Wann haben wir hier noch? Rein mit dir. Haben wir noch irgendwas? Dankeschön, Herr Lord! Our men has slain the enemy general. Dankeschön, Herr Lord! Gut. So. Jetzt müssen wir noch mal hier schauen. Was passiert hier? Die greifen die Schwere an. Ihr bitte auch. Wo ist er? Wo ist er? Hallo? Das sind noch unsere. Gibt es überhaupt hier noch irgendjemanden? Ach hier. Der letzte. Ne, den brauchen wir nicht mehr. Den haben wir aber noch hier stehen. Ach, das sind schon... Sind das schon unsere? Das sind schon unsere. Ne, dann brauchen wir hier gar nichts mehr. Wo haben wir denn jetzt noch... Oh, das sind doch noch so viele. Die sind doch noch so viele Feinde. Wo sind denn die? Hier, 50 Speermänner. Ach so, ne, die kannst du nicht angreifen. So, zieh du dich mal zurück. Die kannst du nicht angreifen. Aber... Ja, du nicht unbedingt, aber du... Kannst hier vielleicht mal mit aushelfen. Ja, aber wo sind denn hier noch diese vielen Feinde? Seht ihr das? Das sind doch nur von mir Leute. Ach, hier. Hier sind welche. Wo sind denn noch mehr? Hier kommen Speerträger. So, fliehen die jetzt? Oder macht ihr noch was hier oben? Geht ihr mal jetzt da runter? Oder... Wollt ihr nicht? Mögt ihr nicht? Und? Kommt da jemand? Da kommt sie. Und langsam kommen ab, Pfeiler. Oh, einer. Einer gegen alle. Aber hier. Von vorne wieder auf. Von vorne und hinten werden sie angegriffen. Gut. So, jetzt sieht's doch... Jetzt sieht's aus, wie wenn wir bald... Oh, was ist denn das hier? Das steht... Oh, was steht denn hier? Ach, hier. Die beschießen uns die ganze Zeit. Ist ja nett. So. Dann. Die hab ich nicht gesehen. Die hab ich echt nicht gesehen. Wie die hier da... Wie die hier da stehen. Komm ich da überhaupt rein? Komm ich da überhaupt rein? D Vielen Dank.